Ja, chill doch, deine Basis! So, willst du also noch ein... Skipper? Sollen wir einfach alle mitlesen? Ja, ja! Richtig schön asynchron! ...begann mit der Kammer ein Alien-Gefängnis zu öffnen mit einem mystischen Schließer. Die Krieger, die die Kammer öffneten, fanden jedoch zu ihrer Enttäuschung nur einen Haufen Tentakel vor. Sie zogen davon, überzeugt, dass die Kammer keinerlei Schätze enthebt. Er, sie irrten sich. Oh, scheiße, lila... Oh, lila, Alter! Lila Farbeffekte! Bald dachte das seltene Mineral überall auf Pandora auf. Sein Vor... ...kommen Leute viele an. Sein Vor... ...kommen! Ja, hallo, Martin! Weiter, bitte! Ach, man kann das skippen! Ja, natürlich kannst du das skippen, das ist eine Zwischensequenz! Okay. Äh, Kopf. Ey, warum hab ich nur drei Köpfe? Borderlands, Kopf, alles klar. Guckt ihr euch da die Sequenz noch an? Ja, also ich auf jeden Fall, ihr Deppen. Der, der das noch nie gespielt hat. Ja, aber wenn ich den Bubz schon aufhöre, kann ich den Sequenz durchlaufen lassen. Oh, gehe ich für Laupfrosch oder gehe ich für Laupfrosch? Nennen sie Kammerjäger! Kammerjäger! Das finde ich immer super. Oh ja. Oh, sieht das hässlich aus. Äh, was gibt's denn für coole Namen? Äh, Gurkenboy. Ja, ihr habt einfach das geile, wie, wieso könnt ihr, das Intro ist so geil. Also vielleicht, ich hab das letzte Mal schon geguckt. It's ain't no place for no hero. Ohohohohohoho. Ja, ihr müsst jetzt halt auf mich warten, die Kammer. Oh Manni, ich hab das perfekte Outfit. Under the sea, under the sea. Falsches Spiel. Das ist kein Spiel. Aber so heißt mein Outfit, deswegen darf ich das. Oh, Diddy hat mir nen Schnäpp geschickt. Bam. Gutes WG-Internet. Das ist echt nicht? Not bad, Alter. FNB, Download? Läuft bei uns. Eins und eins regelt. Ja, ich hab jetzt Sturmfeuer was Wochenende. Ja, 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 ja. Dadurch kriegst du trotzdem nicht FMW hin. Doch, easy. Marcel Davies regelt für mich. Diddy wohnt in der WG mit Marcel Davies. Ja. Wie ich das feiern würde. Und dann, bam. Alter, ein Kumpel von mir ist zur Zeit in Tokio und schickt mir die ganze Zeit so schlechte Snaps, ne? Ne, vor allem hat der einen Snap so aus dem Supermarkt geschickt und hat drunter geschrieben Reizüberflutung. meinte ich so, Alter, du hast so'n guten Wortwitz mit Reizüberflutung verpasst und am Tag danach kam genau das gleiche Bild mit Reizüberflutung. Wow. Wow, das ist traurig. Ja. Wie viele Charaktere kannst du auswählen, Barty? Ich kann, ich hab's jetzt nicht ausprobiert. Ich glaub, ich kann die unteren vier auswählen. Ja, müsste ich. Also, die, die Standardcharaktere. Ja, rein theoretisch können wir auch zwei Charaktere, also ein Charakter zweimal haben, aber es ist halt langweilig, ne? Nimmst du eigentlich schon auf, Chris? Ich nehm schon, ja klar, das Intro läuft, natürlich nehm ich auf. Sag mal. Auch so, wenn du jetzt noch ein bisschen dabei reden, aber hey. So die ganzen netten Zuschauer, die er sich so mal... Ich, ich hab Untertitel an, okay? Ich hab extra Untertitel eingeschaltet. So 10.000 Zuschauer. Ja, die 10.000 Zuschauer, die wir erreichen. Wir haben schon, äh, ne große... Oh, Didi, im Nachhinein wär ich gern bei der Motto-Woche dabei gewesen. Wieso? Weil da einfach übel die Kacke abgegangen ist, hab ich gesehen. Was hast du denn gemacht? Ich hab da so gar nichts gehört. Okay, schade, dann hast du nicht Valentinstory gesehen. Hm, ich hab auch Valentinstory gesehen. Oh, die haben das WLAN-Passwort geleakt. Welches WLAN-Passwort? Von der Schule. Leo Meier hat eine Story. Oh, äh, das ist, äh... Hashtag, Hashtag Wikileaks. Assange. Leo, Leo hat eine Story vom Postboten. So, ha, ich hab's auch geschafft. Guten Tag. Oh, ja. Oh, englisch. Oh, ja. Oh, schlägt. So, und Name. Durch Salvador. Bin ich gemein und nenne mich Kampfzwerg? Ich glaub, ja. Ich bin der Kampfzwerg. So, was haben wir hier an Köpfen, Alter? Und der spielt gar nicht mit? Ich weiß, dass der nicht mitspielt, aber der muss jetzt damit nehmen. Sad life. Oh, ja. Ich hab richtig, richtig geil... Ähm, irgendwas Blaues, hab ich da. Ich hab den Blues. Perfekt. So, guck mal. Ich hab auch was Blaues, das darfst du nicht. So, Charakter bestätigen. So. So, damit herzlich willkommen zu Borderlands 2, ihr Ficker. Oh, nein. Hey, die Scheiße hat mich das grad aus dem Leben geböllert. Ich muss das leiser stellen. Loll, ich höre immer noch Musik. Bei mir steht warten auf andere Spieler. Ja, bei mir auch. Jetzt geht's weiter. Bin plötzlich unsichtbar geworden und dann stand das da. Ja, ja. Bei mir stand das schon die ganze Zeit da. Ach so, jetzt kommt, äh, Klappentrappen. Genau. Das ist das Ängste. Das Geile ist, die Anderen stehen alle daneben und du liegst am Boden. So, ich lieg hier am Boden. Ich, guck mal, wenn du nach rechts, wenn du gucken kannst, guck mal nach rechts. Kann ich nach rechts gucken. Ich kann auch nicht nach rechts gucken. Ich lieg, ich lieg zwischen, jetzt stehe ich auf. So, jetzt bin ich auch da. Guten Tag. Hey, wir können uns angucken. Hi. Warte, Martin, Martin, Martin. Du hast noch keine Knarren, ne? Lisa, hab ich ne Waffe. Warum ist Chris bei mir mit bis zu den Knien in Schnee? Weil, ich die kleinsten Charaktere habe, offiziell. So, wir haben ja abbekommen. Martin, du hast noch keine Knarren, ne? Bootssequenz, nicht, dass ich wüsste. Ja, weil wir anderen haben schon Knarren. Weil wir die Komplett-Edition haben. Da gebe ich dir gleich die Knarre aus dem Momentar. Passt. Ist die Bootssequenz, ne? Ja, neugierende Schlüsse, geh mich auf den Sack, warte. Ich muss mal rein, ich soll das jeden runterlassen. Ey, geh mir nicht auf den Sack. Achso, oh, warte, ich muss kurz die ganzen DLCs wegklicken. Ja. Immer diese Ridge Kids. Warum ist dir nicht wohl live? Ich bin nicht wohl live. Ach doch, bin ich live. Guck mal, Martin, guck mal, was ich auf der Brille habe. Äh, ich hab noch ne Sniper. Willst du ne Sniper, Martin? Titten. Wir, Sniper. Nee, siehst du sie nicht? Ey, siehst du das, Dill? Einen Moment, bitte. Ach, Uwe. Oh, keine Money, geil. Ja, wir müssen, hier, hier, wollte ich gerade sagen. Also alles, was ihr einsimmelt, kriegen die anderen auch automatisch. Guck mal, dir kannst du High Five geben. Wem? Dem Typen hier. Yo. Oh, nee, Alter. Ey, ich hab ja voll viel gelassen. Yo. Du hast drei. Was musst du dich dafür drücken? Für was? Wahrscheinlich, ich könnte irgendwas machen. E musst du meistens drücken. Achso, Interaktion ist E und so. Ansonsten ist Hauen. Cool. So, komm, gib mir Leben. Du? Nice. Ja, wieso bin ich eigentlich Buller, Chris? Das ist so gute Frage. Didi hackt. Hacks! Hacks. Ich bin einfach zu gut. Oh, meine Augen jucken. Mir ist kalt. Ich bin in die Hals immer auf. Chris, warum hast du Leben? Ich dachte jetzt so ingame. Ich hab 33 Leben. Ich hab grad ne Media-Ampule gefunden. Deswegen hab ich Leben. Ich hab keine Media-Ampule gefunden. Ja, ich aber. Media-Ampule kriegt nicht jeder. Oh, Mannin. Guck mich an. Noch einer. Noch meiner. Wie geht das? Ey, das ist schwarz. C. Was macht ihr? Das lade ich aus Versehen nach. Tauscht ihr gerade, oder was? Nö, wir tanzen rum, weil wir dahinter sind. Oh, jetzt kaputt. Oh, ich bin fast full life. Oh, ich bin full life, glaub ich. Ich hab immer noch 10 HP. Ich hab genug Media-Ampule gefunden. Wie auch immer. Ich habe eine Pistole in dem Rand da drüben. Jetzt ist Stress, Diddy. Aber hier drin sind wir ja. Uff, uff, uff. Wir können mal nie... Nein, wir machen jetzt kein Duell. So stimmt, der Kacktyp. Ja, ja. Richtige Arschgeige, der Typ, Alter. Boom. Nicer Kiefer auf jeden Fall. Jungs, erst mal aufs Klo. Ey, hier ist ein Medikit. Ich hätte ihn aufholen, jetzt bin ich sogar full life. Was, warum bin ich nicht full life? Also quasi, nicht ganz. Ey, du Kacke. Ey, tausch das Ding. Hey, der war doch gerade noch ein Medikit, oder hat sich das Martin gekrallt? Hm? Bissst du die Medikit? Martin hat sich das Medikit gekrallt. Zeig mal, Diddy, welchen Kopf hast du genommen? Nein, Piraten. Bist du auch, bist du Pirat? Ja, blass mir ein. Oh, da ist es voll ein. Hauptsache, Diddy bückt sich erst mal vor mir. Seht ihr nicht, was auf meinem Outfit drauf ist? Chris, Chris, guck ein Outfit an. Wo? Was soll's vorne drauf sein? Ach, das, du meinst, äh, ja, das ist das Vladaf-Symbol, beziehungsweise du meinst die Sichel und den Hammer. Ah, komm, wo ist los? Was? Tö, muss ich beim nächsten Mal auch dran denken, dass ich das nehme. Ich hab, jeder hat so ein Skin, den können wir alle nehmen. Das ist der Vladaf-Skin. Uwe, was bist du? Am gucken. Was bist du? Ich kann... Oh, fuck, schau. Ich kann dich gerade ausgerissen. Was bist du, Uwe? Ich bin ein Uwe. Ich steh jetzt hier in der Tür. Nein, ich will nicht. Nein, Diddy. Nein, ah, ist vorbei, Uwe. Ach komm, man geht doch kaputt, alter. Oh, lass mich den Kack abreden, so, danke. Ehe gedrückt halten, ne? Geht das? Ehe gedrückt halten, dann sammelst du alles ein, was du einsammeln kannst, den Thron. Alles, was du einsammeln kannst? Und wenn du das bei Waffen machst, rüstest du die direkt aus und tauschst die dementsprechend mit der Waffe, die du in der Hand hattest. Oh ja, Uwe. Oh ja. Ich bin erst mal Gegner, aber danke. Danke. Bitte. Boah, Martin, der Sniper, ja. Na klar. Ich meine, ich habe mir die Waffe auch so freiwillig ausgesucht. Ja, sorry, ich wollte das schon gemerkt. Du hast jetzt auch noch eine Pistole bekommen von der einen Mission. Ach, stimmt. Oh. Ist so weird, weil die Tastenbelegung anzusetzen ist geil. Benutzt der Medikals automatisch? Was? Wenn du drüberläufst, ja. Wenn die so ein bisschen zugeschoben bekommen? Ja, das heißt benutzen. Ah. Hier haben wir groß. 360. Äh, was kommt nach dem 360? Keine Ahnung. 3. 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 2. 4. 2. 3. 3. 1. 3. 5. 5. 10. 23. 24. bräuchte noch krass für die medikits da ist mir eigentlich weil wir nach der kamera jagen ist diese frau aus tomb raider oder ich war schon das war ich bin mir auch sicher dass die bei tomb raider nicht kam er ist knuckle dragger das wird weht man macht auch diese diese hier hörfassung für blinde die hau weißt du machst die sound effekte auto explodiert so wie so wie so schlechte untertitel bei film reis in spanish doch der hält schon das aus sie kommen aus der wand anusse auch schönes wort oder was dann muss man das toll anwand anusse hat er gesagt fand es super lol steht direkt neben mir mal erst alles mit was hier um die kriegen gleich um eine shotgun die da würde ich gerne tipps draufsetzen ja gerne nehme ich habe ja mal all das ein schott haben das lustig die schott hat nur einer die würde ich deswegen gerne haben und hast gerade eine gefunden nein nein ansonsten hättest du die doch auch oder nicht nein 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 waffen nicht das wäre ja richtig waffen natürlich nicht das ist ja hier ist leben aber mach doch endlich martin oh ja brauche ich auch bei 99 so jetzt habe ich 105 danke kein thema ich helfe wo ich kann ich finde den bartfarbe cool was habe ich denn noch ich habe noch einen mp will jemand mp haben ich nehme die hier meine pistole mein fehler die hier die liegt jetzt hier zwischen da ist er da liegt er sehr schön will jemand pistolen ich habe noch drei äh ja nimm was ist los uwe was 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 packst du da so rum so dass meine schenke meins oh voll ich gebe schon mal die mission ab ne zeig mal die pistolen ich würde gerne mal gucken ich weiß gar nicht wie oft ich diese wo sind die pistolen also mps kriegt am besten die die sturmgewehre am besten martin warte warte hör doch mal auf also warte wir müssen konstatieren also ich würde gerne shotguns kriegen ne ich gehe mp ne du bist sturmgewehr du depp dein kompletter skilltree ist auf sturmgewehr ausgebaut martin okay dann nämlich sturmgewehr ist mir doch wurscht ich nehme das was ich krieg uwe kriegt natürlich am besten sniper und martin äh Didi kriegt mp aber Didi ist meistens also kein ach scheiß doch drauf also ich also hauptsächlich kann jeder eigentlich alles haben okay ich gehe eigentlich nur auf einer Kampagne ich gehe auf einen Sniper